Hallo meine Lieben, mein Name ist Alexandra, ich gehöre zum Team Aufgabenkultur von Mathematik macht Freude Freunde und wir möchten euch sehr gerne bei der Vorbereitung auf die schriftliche Reifeprüfung unterstützen. Zu diesem Zweck gebe ich euch mit diesem Video einen einleitenden Überblick darüber, was ihr am Kapitel WS4 schließende und beurteilende Statistik zum Thema Konfedenzintervalle können solltet. Beginnen wir mit der sogenannten Sonntagsfrage, eine für dieses Kapitel ganz typischen Frage. Die lautet, werden Sie Partei A kommenden Sonntag bei der Wahl Ihre Stimme geben? Nun, vor der Wahl kann man dazu eine Meinungsumfrage durchführen. Man wählt zufällig eine bestimmte Anzahl von Personen aus, befragt sie nach ihrem Wahlverhalten und berechnet daraus eine relative Häufigkeit h jener, die angeben, der Partei A ihre Stimme geben zu wollen. Daraus ergibt sich eine sogenannte Bereichsschätzung. Man errechnet ein Intervall, in dem der unbekannte Wert der Wählerinnen vom Partei A am kommenden Sonntag mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. So ein Intervall nennt man auch Konfidenzintervall. Nach der Wahl steht das Wahlergebnis fest. Nun kennt man den Anteil P der Wählerinnen von Partei A in der Grundgesamtheit. Nun ist es auch möglich zu vergleichen, ob dieser Wert tatsächlich im zuvor berechneten Konfidenzintervall liegt. Klären wir nun einige Grundbegriffe, die er benötigt, um im Kapitel Wahrscheinlichkeit 4 schließende und beurteilende Statistik erfolgreich die Grundkompetenzaufgaben bei der schriftlichen Reifeprüfung lösen zu können. Zunächst wäre da der Begriff Grundgesamtheit. Ihr seht hier ein Piktogramm. Ein Symbol steht dabei stellvertretend von 100 Personen. Die Grundgesamtheit wäre in Bezug auf unsere Fragestellung die Menge aller Personen, die am kommenden Sonntag wahlberechtigt sind. Nun kann man diese natürlich bei der Meinungsumfrage nicht alle befragen. Aber man wählt eine sogenannte Stichprobe mit dem Stichprobenumfang n aus. Im Piktogramm habe ich das gelb gekennzeichnet. Die gelb gekennzeichneten Symbole würden also 400 Personen entsprechen, die zufällig für die Befragung ausgewählt werden. Von diesen 400 Personen, ich habe es hier rot gekennzeichnet, geben 100 an, die Partei A wählen zu wollen. Daraus errechnet man eine sogenannte relative Häufigkeit h. In unserem Fall wäre das 1 Viertel oder 25 Prozent. Nun, ausgehend von dieser relativen Häufigkeit h kann man nun ein sogenanntes Konfidenzintervall errechnen. Dieses ist symmetrisch um die relative Häufigkeit mit der Untergrenze h-c und der Obergrenze h-c. Typisch für dieses Intervall ist, dass das Wahlergebnis nicht sicher in diesem Intervall liegen wird. Aber wir können ein sogenanntes Signifikanzniveau oder eine Sicherheit angeben. Darunter versteht man die Wahrscheinlichkeit, dass die unbekannte relative Häufigkeit der Wählerinnen von Partei A am kommenden Sonntag tatsächlich im zuvor berechneten Konfidenzintervall liegen wird. Typische Sicherheiten bei der schriftlichen Greifeprüfung sind 90, 95 oder 99 Prozent. Weiters gibt es noch die sogenannte frequentistische Deutung der Konfidenzintervalle. Auf diese werde ich in einem der Videos des kommenden Videozykluses genauer eingehen. Schauen wir uns nun an, welche typischen Aufgabenstellungen ihr im Kapitel WS 4 lösen können solltet. Da wäre zunächst einmal die Fähigkeit, dass ihr die Grenzen des Konfidenzintervalls berechnen können solltet, sowohl händisch mit der Formelsammlung als auch mit Technologie, wenn sie euch zur Verfügung steht. Eine weitere Grundaufgabe wäre, den Einfluss des Stichprobenumfangs N, der relativen Häufigkeit H und der Sicherheit des Konfidenzintervalls auf die Intervallbreite zu untersuchen. Weiters gilt es, Aufgaben zu lösen, indem ihr die frequentistische Deutung anwendet. Eine weitere Grundaufgabe wäre, die Sicherheit eines Konfidenzintervalls mit der Normalverteilung zu berechnen oder auch den Umfang einer Stichprobe zu berechnen, wenn die Sicherheit und die relative Häufigkeit gegeben sind. Wo findet ihr typische Aufgabenstellungen? Ihr findet sie unter dem Link Aufgabenpool.at. Ich werde in einem kommenden Wiederzyklus zu jeder der fünf typischen Grundaufgaben anhand einer der Aufgaben aus Aufgabenpool.at jene Grundkompetenzen mit euch ganz genau besprechen, die ihr benötigt, um diese Aufgaben zu lösen. Ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt.